Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titan Quest The Model Troll and Dawn mit dem... mit der Chantal, äh dem Lafischi, der Lafischi, dem Doge, der jetzt zu zweit hier rumläuft, Eichenherz eingeschaltet, hoffentlich seiner Giftattacke eingeschaltet und wir sind ja immer noch in diese komischen Kriegsgebieten und sind letztes Mal in diese Richtung, glaube ich, weitergegangen. Ja, aber ich stehe ja schon seit Stunden rum, weil er musste noch Business machen. Business, Business. Business auf dem iPad, das ein Aspiri ist. High-Tech, Mic-Check, hab ich nicht gemacht heute. Ich auch nicht. Bester deutscher Live-Act, yeah, yeah. Aber egal. Falls jemand weiß, worüber ich gerade geredet habe oder besser gesagt, naja, so... Gerapt will ich es nicht nennen. Habe, äh... Lasst doch mal einen Kommentar da. Warte, nein, das ist ja auch schon... Ah, dieses, lasst doch mal einen Kommentar da, ist ja auch schon von irgendwem. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das war. Kommentiert der Pisser, musst du sagen. Kommentiert ihr Pisser. Nein, da beleide ich ja meinen Abonnenten mit, das will ich ja nicht. Ich mag meinen Abonnenten, ja. Ich liebe meine Abonnenten, hallo Jörg. Hab mich gestern ein bisschen gewundert, dass Leon gesagt hat, der schaut jedes von unseren, äh, Videos. Ja. Wieso ich da null aufrufe? Ja, genau, das gleiche denke ich mir auch. Wobei, ich hab ja Aufrufe, das ist ja das Komische da dran. Aber ich denke mal einer ist von mir. Ja. Ich weiß auch nicht, checkt YouTube inzwischen alle Aufrufe, oder checkt das nur die von, äh, registrierten Leuten? Allen? Das wie schon immer, weil nur von nicht registriert, also wenn nur von registriert ist, ist ja voll dumm. Naja. So können kleine Klicks generiert werden. Ach, fuck, alter. Ich bin ein bisschen fertig noch, weil es gerade irgendwie erst... Moment, kurz auf den Acer gucken. Weil du da eine Bangkok-Zeit eingestellt hast. Hab ich gar nicht. Außer man ist in Bangkok gerade... 16.54 Uhr. Ich muss die Zeitumstellung vielleicht mal bei dem einstellen. Äh, ja, neben mir steht gerade ein kleines Notebook, weil... Swag. Netbook. Ja, Entschuldigung, Netbook. Dass man so nem... Da ist sogar so ein Tablet mit einer Hustatur dran. Genau. Ein Tablet mit einer Hustatur dran. Das ist ziemlich cool. Die sind übrigens 10 auf 54. Es ist einfach viel zu früh. Du wolltest zu früh aufnehmen. Ja, ich weiß, weil ich nachher noch in die Stadt muss. Und du weißt, wie scheiße die Stadt momentan ist, alter. Ich hätt' gar keinen Bock, das hinzufahren, alter. Ich auch nicht. Ich hab überhaupt keine Lust, da hinzufahren. Das wird richtiger Abfuck. Abfuck. Nee. Sonst bestimmt nicht, alter. Ich fahr nie wieder, boss. Das war gut. Ich laufe nie wieder rum. Ich lass mich rumtragen. Mein Assi. Was? Ich klau das mal alles weg hier. Da brauch ich ja auch. Naja, jedenfalls ist es erst irgendwie 10 Uhr... 10 Uhr 54 und... Wir haben gestern Abend noch ein bisschen gefeiert auf der... Ja genau, geh einfach durch den Zaun, wo er was getrunken hat, nämlich nur Apfelsaft. Und äh... Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich war Fahrer und das war trotzdem ziemlich scheiße, weil die Musik auf einmal einfach nur Deutschrock war. Und das war richtig abgefuckter Mist. Weil weißt du, wenn man keinen Deutschrock mag, dann mag man keinen Deutschrock. Und dann will man den auch nicht die ganze Zeit hören. Und dann hört man den einfach 6 Stunden lang oder so. Der lief echt viel zu lange. Ich wollte richtig kotzen. Scheiß Musik. Kannst du gleich mal andere Musiker machen? Ja, mach ich nach dem Lied. Moment. 20 Jahre später. Dann kannst du jetzt mal wirklich andere Musiker machen. Ja, aber die wollen nur noch das Lied hören. Ja, aber... Das ist scheiße. Ja, aber die wollen das Lied nicht hören. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Die Zauberer geben ja auch zu mir auf den Sack. Ja, aber die sind nicht so schlimm. Die machen nicht so extrem wie schon auf einmal. Alter. Ah, ich bräuchte eigentlich nur was zu... Hab einen angelockt, hab einen gelockt. Komm raus, komm raus, komm raus. Äh, mir wurde gesagt, ich soll von meiner Schockwelle runter skillen übrigens. Von wem? Von Leon. Und alles in Phantomschlag rein skillen. Dass ich sozusagen Phantomschlag als neuer Rechtsklick... Ja, ich hab noch einen rausgepullt. Dass ich sozusagen Phantomschlag als neuer Rechtsklick-Angriff nehmen soll. Ähm, werd ich vielleicht machen. Du wirst Phantomschlag nie. Ja, deshalb hier als Rechtsklick. Damit ich's dann mal benutze. Alter, das ist mir gut. Weil das ziemlich stark ist wohl. Ach, das sind nur Lieder, ne? Euch können wir auch so ficken. Wenn man das so ein bisschen geplant hat, dann geht das jetzt eigentlich ziemlich leicht. Ja, wenn man's dann schafft oder nicht, wenn man einfach so... Bam. Dann ist man einfach alles in die Fresse. Genau. Wir sollten einfach mehr nachdenken. Arsch. Oder einfach reinrennen, wie jetzt gerade. Ja, das war die Scheiße. Wenn man da so nach unten läuft, dann sieht man einfach gar nichts. Ne, vor allem, wenn man nicht drauf achtet. Ich hab gerade überhaupt nicht drauf geachtet, Alter. Ich bin noch so im Halbschlaf. Ich hab noch keinen Kaffee heute Morgen gehabt. Ich hab noch nichts gegessen heute Morgen. Mir ist auch noch überhaupt nicht gut. Und das, obwohl ich keinen Apfelsaft konsumiert hab. Das ist ganz komisch. Ich hab Apfelsaft konsumiert und irgendwie ging's mir gestern richtig beschissen. Und immer noch. Also, nein, jetzt sind ich nicht mehr richtig beschissen. Jetzt geht's dir. Aber jetzt sind Natter, die echt bauchschwer sind. Also, das war richtig schlimm. Ja, wir helfen euch ja schon. Das ist eine Crest übrigens. Von dem Typen, der da nur rumsteht, logischerweise. Hey, guck mal, die heilen sich gegenseitig. Das find ich ja cool. Ach, guck mal, Crest. Nein! Die soll nicht drauf gehen. Die rushen bestimmt einfach rein. Dann rushen wir mit. Ja, wir müssen aber noch alles erkunden. Ja, das können wir doch nachher machen. Und ich hab immer noch unstabile FPS, obwohl ich letztes Mal meine Grafikkartentriber aktualisiert hab. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Der erste ist tot. Ich sollte mitrushen. Ja, hier ist grad so ein Klingelmalt wieder gewesen. Hast du ne Ahnung, woran das sonst noch liegen könnte? Naja, ich weiß auch. Irgendwie funktioniert sein PC nicht so richtig, wie er soll. Naja, jedes Spiel läuft flüssig, außer Titan Quest. Ja, außer jetzt zum Beispiel Ice. Vielleicht hast du doch einfach mal FPS-Imbrüche. Ich weiß nicht, wieso. Die hatte, äh, Sammler in seinen Videos, aber zum Beispiel. Ich bin tot. Aber zum Beispiel auch. Ja, aber ich nicht. Ich bin mit dem gleichen PC. Sozusagen. Ja, ich hab auch keine Ahnung. Dana ist wahrscheinlich einfach besser eingestellt. Ich muss mal wieder Viren-Check machen. Fällt mir grad mal ein. So, das vergesse ich ja immer einfach. Ich bin tot. Ich hab mir länger gestanden und irgendwie hab ich viel zu viel Leben gehabt. Ja, und ich bin noch 6.000 Kilometer weit weg. Und du hattest kein Eichenherz mehr. War ich auch nicht. Ich bin grad falsch gelaufen übrigens. Ah, ich mach mir gleich zwischen den Aufnahmen mal. Also hier im Nicht-Kriegsgebiet, also wo keine Feinde sind, hab ich 54 FPS mal gelaufen. Ich hab 60. Ich muss mir gleich unbedingt mal was zu essen machen. Hast du alles an? Fousing und so? Ja, ich hab immer alles an. Okay. 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 Vielleicht liegt's einfach an... Äh, nein, nein, nein. Hier gezuppelt, Hans. Weil es ist ja nur so, wenn ich aufnehme. Du hast doch gesagt, es könnte an meiner Festplatte liegen, ne? Dass die zu langsam ist. Könnte eigentlich sein, aber ich halt nicht. Aber so langsam ist hier eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, welche ich hab. Du wusstest, hier geht Barracuda, also nicht ziemlich gut so. Oh, die ist grün. Ähm, naja. Müssten wir vielleicht mal nachgucken, ob die irgendwie... Langsam ist. Ich glaub, ich hab Fraps aber auch nicht auf der SSD installiert. Das ist auch nicht so nice, ne? Du hast gesagt, du hast Fraps auf der SSD installiert. Ich bin nicht sicher. Ja, aber ich... Also, ich hatte Fraps auch nie auf der SSD installiert. Bevor ich keine Art und Weise, es ist wahr, der Sieg ist nah. Oh, das haben wir geschafft? Ja. Die Hälfte meiner Leute ist draufgegangen. Du hast es geschafft, war ja nicht klar oder so bei uns. Beiden. Vollschröbelköppen. Gar keine Ahnung, was wir die Kosten machen sollten. Ich auch nicht, ich hab' gewohnt. Klingbeide, ich bin tot. Ich hab' mich noch vollgehält. Konnte nicht mal stunnen. Ich hab' mich noch vollgehält. Musst du total? Ich hab' mich jetzt mal in die Gegnergruppen hier rein, also in die Linksgruppen mit mir, in die Kämpfergruppen. Dann könnte ich mal ein bisschen draufkrübeln. Warte nur noch auf ein stun. Die machen nämlich ziemlich gut Schaden. Ja. Alter, der kommt doch her. Ich klicke schon wieder viel zu viel, sorry. Ich klicke so ein Mal. Und du klicke so eine Milliarde Mal. Ja, weil man gegen dich looten muss. Gegen dich looten kann man nur mit Skill oder mit ganz viel Geschwindigkeit. Hallo, ich wollte das einmal mit der Prophezeiung haben. Ich hab nichts bekommen. Pisser. Hast du das gekriegt? Das war schon eigentlich so ein Intelligenz-Scheiß, ne? Ich glaube, du hast es. Ne, ich hab's. Ähm, ja, Intelligenz-Scheiß. Aber ansonsten ganz schön nice. 74% Blitzwiderstand, 15%, nein, 15% Intelligenz, 99% Energie, 22% Energie, Regeneration, 22%, 7% Angriffsqualität, 8% Verteidigungsqualität, 2% auf Vorahnung. Was auch immer Vorahnung ist. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Skill von, ich weiß nicht, ihr könnt entweder von deiner Klasse sein oder von Sturm, würde ich mal sagen. Ja, ich denke auch von Sturm. Oder von Geist. Der bestimmt Geist. Das gibt's ja noch. Das ist ja so ein Traum. Das ist ja. Nee, ich glaube, ich hab Vorahnung. Warte, ich guck mal nach. Traumbeherrschung. Trance. Klarer Traum. Schlafsinn. Psi-Berührung. Phantomschlag. Störwelle. Realitätsstörung. Störfeld. Albtraum. Trance der Segenesung. Transistanz. Ne, ich hab's nicht gefunden, zumindest. Ich muss grad erst mal gucken, wie ich mein Inventar aufmache. Schwierig halt so lange her, ne? Ja, weil... Spielen ist halt ein bisschen wie der LOL und da ist es halt... Da braucht man kein Inventar und dann portet man sich back und kann uns sein Inventar beim Händler angucken. Und dann wollte ich grad B für Backpaw drücken, oder war B? Weiß nicht. War B Händler? Weiß nicht. Ne, es war ein Counter-Strike der Händler. Ja, ein Counter-Strike war B der Händler. Und ist es auch noch beim neuen. Das neue Counter-Strike gehört übrigens zu den 10 meistgespielten Steam-Steam-Steam-Spielen. Cool. Ich find's trotzdem nicht gut. Ich auch nicht. Ich find das alte besser. Sauce. Ich mein, äh, das neue ist einfach schöner, von der Grafik her, aber... Ich find's ganz cool, dass Kirschi darin besser ist. Als im alten. Nicht als ich. Musik gefällt mir grad, die Säge. Ja, ja auch. Ein bisschen episch. Aber nicht sogar, nur ein bisschen episch. Ja, nur so ein bisschen. Ey, das ist ja schon so ein bisschen episch. Wenn ich immer aus Reflex komplett durchdrehe und auf meinen Heal klicke. Ich hab auch schon nur noch einen Trank. Ich hab nur 26. Und du kaufst mal. Oh, fuck. Was? Diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden. Was denn? Nur ein paar. Die mich fast one-hitten. Hey, die one-hitten dich? Wenn sie so viele sind schon. Hey, du hast den Seelkäfig nicht aufgemacht. Ja, der war leer. Ja, aber egal. Du hast ihn nicht aufgemacht. Du machst sonst immer nur die leeren auf. Ja. Heute bin ich mal nett gewesen. Bestimmt auch so schwer, so einen Teil zuzumachen. Dann hab ich denen die Arbeit wieder erspart. Ja, aber das sind ja Feinde. Dem wollen wir die Arbeit nicht ersparen. Doch. Vielleicht soll ich nicht alle Tränke wegnehmen. Meinst du? Und du hast nur einen. Obwohl, du brauchst nur einen Trank, ne? Nein. Du kannst dagegen heilen. Total. Ich hab auch schon nur noch 34 Energietränke. Ja, die Erfahrung schränkt laut damit natürlich. Ja, ich brauch den. Total. Du stürmst doch sowieso. Du verliest die Erfahrung sowieso wieder. Eben. Ja, dann brauchst du ihn nicht. Nein, eben, deshalb brauch ich ihn ja. Ja, dann kannst du auch dem Toten und was zu essen geben. Das bringt auch nichts. Toten und was zu essen geben. Ja klar, erstmal looten. Ach, das ist so eine Schwertschlampe. Das ist so eine Schwertschlampe. Klingt weit. Schwertschlampe. Natürlich erstmal looten. Ja, da war Gold. Und den Killabstauben. K.L.S., Report, Noob, Noob Champion. Da ist ein Blauer. What the fuck? Wir sind riesige Explosion. Oh fuck. Glück hab ich ihn an, wenn ich, weil ich fast tot bin manchmal. Ganz geil. Kommt der? Ich glaub der kommt von meinem Helm. Der heißt ja Alulu. Nächster Alulu, ich glaube. Er heißt Alala. Nicht Alulu, schade. Alala. 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 Den Geisten hier erstmal helfen. Na guck mal, guck mal fest. Als Hades seinen Plan. Gut, dass du hier bist, Held. Oh jetzt. Erebus-Quest-Halle. Ja, hier haben wir einen Geist. Wie kommen wir bekannt vor? Ich glaub wir sind fast am Ende. Ich glaub wir haben auch schon die Dingens durch. Die, die Quest von Hades Schatzkammer oder wie die heißt. Ne, eins fährt das noch. Eins fährt das noch? Wir haben drei von vier. Drei von vier? Okay. Also wir haben das Rote, das Grüne und das Blaue. Ich denk was, wir noch gelbe oder so. Rot, grün, blau. Glammstein, Gipstein, Frostschreie, was gibt's noch? Weiß ich gar nicht. Es gab auf jeden Fall vier. Ne, es gab nur drei. Es gab vier. Ne, es gab nur drei. Wo war das? Hinter dem Gericht auf jeden Fall. Oder? Ne, davor. Die Stadt, eben das Gericht, ich glaub danach. Oder? Ich glaub nach Strix. Ne, das war nach dem Strix. Strix war auch der Fluss, wo wir... Ich guck einfach mal auf dem Map. Strix ist der Fluss. Ja, hier nach müsste das gekommen sein. Ja, und dann ging man in den Dingens runter. Gehen wir mal zur Ebene des Gerichts. Davor müsste das gewesen sein. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es vier von... Also, dass es vier Stück gab. Ich bin mir ziemlich sicher... Ja, kann sein. Ich weiß es nicht mehr, echt nicht. Ich will aber jetzt mal nachgucken, bevor wir was falsch machen. Bevor wir was falsch machen? Bevor wir zu lange brauchen. Okay, hier ist es nicht. Wo ist es nicht? Eben des Gerichts. Weil wir sind doch irgendwo rausgekommen, da mussten wir nach unten gehen, da war es links irgendwie so. Ne? Ja, genau. Wenn es Eben des Gerichts war, dann wäre es runter. Auf jeden Fall. Also raus aus Eben des Gerichts. Ja, also ich bin raus... Ich habe hier nur 13 FPS. Hast du es wieder hingekriegt, die Brücke zu aktivieren? Nein, ich bin... Ich war nicht bei dem Turm des Gerichts, ich war bei der Ebene des Gerichts. Ja, aber... Gab es nicht so eine andere Stadt noch? Es war auf jeden Fall zwischen Eben des Gerichts und Styx. Habs. Wo ist es? Nach Eben des Gerichts. Äh, nein, vor Eben des Gerichts. Warte, warte, ich habe gerade 6000 Gegner hinter mir. Glaub mir, du willst gerade kein Portal. Steht. Hades besitzt alle Reichtümer der Erde. Oh fuck. Ja, es war vier. Aber wir können schon mal drei einsetzen, damit wir dich die ganze Zeit bei uns rund tragen müssen, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Ja, wir haben doch schon den ersten eingesetzt gehabt, oder? Nein. Du hast es jedenfalls versucht. Oh, gut. Frostalter. Flammenalter. Seelenalter. Fehlt uns. Gehen wir den her? Keine Ahnung, man. Hades ist ein schlauer Gott. Er würde seinen Schatz niemals mit nur einer Tür beschützen. Hm? Kannst du kurz auf deinem Acer googeln. Okay, warte. Mir fällt gerade auf, dass wir jetzt kein Portal mehr haben zu unserem letzten Punkt, wo wir waren. Fuck. Einmal mit Profis, ey. Ja, okay, dann lass uns kurz die Aufnahme beenden, dann sehen wir uns gleich da wieder. Wir haben eh nur noch 1,50. Bis gleich. Wollen wir hier für den Part beenden? Ja, können wir auch machen. Jo, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Hau, rein in den Stau. Tschüss.